Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Im Hintergrund das Planetarium und im Vordergrund sieht für mich aus wie die Fundamentierung für eine Stütze fürs Förderband. Passt auch von der Luftlinie. Direkt neben dem Planetarium ist ja ein Fundament und direkt hinter uns ist dann der Wagenburg-Tunnel. Links daneben können wir schon die Baulogistikstraße erkennen. In diesem Bereich asphaltiert und noch ein nach links ist noch geschottert und ist bis hier an die Straße gebaut. Wird also bald ihren Anschluss bekommen. Und wie gerade besprochen Fundamentierung für das Förderband. Auf der anderen Seite sehen wir das nächste Fundament. Danke fürs Zuschauen. Tschau!